herzlich willkommen zum let's play together ich bin der dylan und der black der ist auch wieder mit dabei so wir wollten in der letzten folge wollten wir zum observatorium fliegen mit dem flugstronsportern das sollen wir jetzt auch gleich mal machen guck mal mit ein kleiner black ja klein ja klein so klein aber auch wieder nicht da oben pflegt die schützerin von polenta die länder du bist polenta bei mir steht da polenta ich schwöre voll schwöre du schwörst durch die beine im wasser schlubst du wohl schwöre ja wir hätten auch vorhin einfach hinfliegen können und abspringen geht das nicht nein das ist beschissen das ist in ordnung na doch bestimmt nicht okay ohne ist da sammeln man kann wo bist du denn hier beim flugtransporter da ist irgendwie eine quest sammeln nein das wollen wir nicht machen ich will da nur gucken wie ich will da noch lesen auch du willst sie nicht machen dann mach du sie doch täh alleine macht das auch kein spaß das sammeln alleine hast du doch oft genug bei fiesta gemacht ja zwei oder drei folgen lang einfach nur herziger machen in fiesta macht es ja auch spaß so hier ist was blau oh ja der will nur geld haben glaube ich ja ich bin wohl ok ja auch nicht wissen ja alles voll ja das waren die quest nicht angesprochen hatte welche questen was ist dann sprung der hallo ach so in der haramels folge alles da ja da werden wir bei gelegenheit auch noch mal reingehen jetzt momentan noch nicht jetzt renne ich erst mal den dünchen drüber an den schildkröten vorbei die mehr wie viecher aussehen und so da sind ein paar tosien die brauchen wir aber alle nicht an dem sollten wir auch erstmal noch vorbeilaufen bist du sicher ja ich glaube schon na ob ich das hin kriegt geschafft das ist auch geschafft wunderbar aha wir brauchen dieses ding da anzünden einfach durch die mitte ja ja nix mit mitte ok müssen wir gleich oje oje was habe ich denn da nur wieder angestellt nur mist macht er nur mist wenn man mal machen lassen will aber nein er will nicht komm ooooh bin ja fast platt ja wenn ich dich jetzt nicht wieder gerettet hätte ne genau nur du so erledigt gut so also eine seite müssen wir auf jeden fall räumen ja heil mal meine güte gut dass du mich daran erinnerst ich kann ja nicht mit wenig leben auf den mob gehen dann start ja heil mal nicht du pfeife haha ok auch nur weil du zu drum gebettelt hast ich könnte mir natürlich auch einfach holen lassen wollte ich nichts machen wisst du so hier zum beispiel aber du willst ja auch nicht nur dumm in der ecke rumstehen das magst du doch auch ich stehe ja nie dumm in der ecke rum wenn dann schlau und krallzeichen ok den haben wir noch geändert nicht wie du ach nichts kann man machen lassen ich sag's ja immer wieder wenn ich nicht ab und zu mal mist einbauen würde der mir passiert so noch ein krallzeichen haben euch schon zwei zeichen gekrallt war es ja schon zwei genau wie irgendwo ein mob nicht blutet ich glaube auch ich weiß auch schon welcher das war ja ne das start war bald wo du so gepflegt dran vorbeigefallen hast genau wir haben schon mal da hat euch das frost durch frost unschädlich äh bewegungsunfähig gemacht der agraf war wohl nicht wahr sein hier Tosi ein Totenfall genau und da werden wir hier mal dieses zeichen benutzen wo ist hier ein zeichen feuerstein haben wir hier ach so kann man hier aktivieren im quest item würfel wo ist er denn? krakenechsenei weissenmünze feuersteinmachter ach da ja so sieht schon aus ja da sah so uns spektakulär aus ja da haben sie gut durchgeguckt als er links ein Bumsand abgefackelt ist hier ich denke wir werden gleich mal noch die eine Kampagne noch mit wenn wir schon mal hier sind noch mit beenden beziehungsweise anfangen schauen wir mal wie weit wir sie abgeschlossen bekommen ja was ist das denn irgendwie ach so das war die AOE wenn er gestorben ist ok puh aua ja wenn es dich trifft trifft es dich halt nicht wahr so siehts aus Klaus bin ich Klaus ich bin Gunther ich bin Gunther ist ja ok Fridolin Karl nennt mich bei meinem richtigen Namen ich bin Gunther Karl das erinnert mich an Lama mit Hüden kaaaal irgendwie so ja ja genau so das tötet Leute oh das habe ich nicht gewusst so so pam 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 achso ungültig lalalala so was war das denn jetzt achso übrigens heil mich mal oh warum hast du so wenig TP warum nicht ich dachte ja ich hätte einen Heiler dabei der mich mal heilen tut aber nein nix kann er ich hätte hier die ganzen Mops du hast doch selber gesagt dass du selber dich auch heilen kannst ja na aber muss ich denn unbedingt was machen dass ich was kann heißt nicht dass ich es machen muss hohe im Gegensatz zu dir natürlich Du musst es natürlich machen, um es zu beweisen. Da könnte sich jetzt auch nicht entscheiden, wo es lang geht. So, Krallzeichen Nummer 9. Pinguin. Genau. Pinguin. Naja, ich tue was für unsere Umwelt. Ja, du klasse Pinguin. Ich schaffe Lebensräume für Pinguine, die ja so bedroht sind. Ja, du schaffst eine Pinguin-Überholbevölkerung, weil ihr... Da hast du noch nicht alles zu haben. Also den einen brauchte ich ja noch. Ah, schlimm mit dir. Ja. Ja, weil er der Hefte die Flieger liegen lassen hat. Das ist wieder mal typisch. Typisch mit D. Typisch. Mit D-Y am besten. Gut, die hätten... Ne, hätten wir nicht. Ich müsste noch Nuden haben. Ja, genau. Okay, jetzt haben wir sie fertig. Oh, ihr macht ja mal Krach im Hintergrund. Bestimmt bei D. Also, wenn ihr was hört, das ist bestimmt bei D. Das ist nicht bei mir. Nein, das ist... Nein, 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 nein. Ich hoffe, er schneidet es dann nicht raus. Nein, ich kann es ja nicht rausschneiden. Das ist ja nicht bei mir. Eindeutig. Ja, eben. Oh, Mist. Oh, Mist, 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 Mist. Lauf, lauf, du, Lach. Ja, lauf, du mal. Oh, heils. Oh, wieder zu spät. Scheiße, hab ich Rettstelle. Na, ich bin wenigstens an der Citadel angekommen. Und du? Ich bin ja noch da. Ja, komm her. Schlaf mit ein. Also, ich bin lebend davon gekommen. Ja, natürlich, weil ich nicht ein Highlight. Also, das ist jetzt 1 zu 3 Kills für mich. Äh, nehmen wir mal die beiden Duelle mit. Dann wäre es 3 zu 3. Na, siehste. Also, du musst sowieso noch mal wieder hierher kommen, ne? Ich meine, das nutzt jetzt nichts. Ja, ich gebe auch mal die eine hier ab. Weil wir den einen Mob noch benötigen. Das nutzt nichts. Hui, ein Level Up. Glückwunsch. So, ich hab ein Level Up und du nicht und du nicht. Ich bin so gut und du nicht. So. Jetzt muss ich erst mal wieder hinfliegen. Fliegen wir mal. Was hat der denn? Ich bin ein Equip an. Grün, blau, grün, grün, blau. Hä? Den guckst du jetzt an, du Spitzel, du? Ich gucke einen Mercator an. Auch Mercator. Hallo, Mercator. Falls du dieses Video schaust, glaube ich, zwar nicht. Aber... Ja, ich wollte gerade sagen, da viel zu gut, um deine Videos zu schauen. Bei mir könnt ihr natürlich reinschauen, aber... Mit grünem und blauem Equipment. Okay. Ja, genau. So, ich habe das und das und das. Ich hab so viel... Und es fängt schon wieder an, bei Black zu lecken. Was? Ja. Deine Performance ist heute nicht im Arsch. Doch, klar. Bestimmt liegt es nicht an mir. Naja. Lässt sich nicht vermeiden. Manchmal ist halt die Internetverbindung. Ich hab ja halt nur Telekom. Hättest du wohl gern was besseres, oder was? Ja, natürlich. Wer will ich denn mit Telekom? Drossel kommen, wir brauchen kein Mensch. Zack. Warum bist du noch bei der Telekom? Weil der Vertrag noch läuft, oder was? Ja, beziehungsweise ist ja nicht mein Vertrag. Ich hänge ja nur mit dran. Oh, voll gegen den Pfosten geflaufen. Ein sogenannter Vollpfosten. Oh, es leckt tatsächlich ordentlich. Ja, bin da. Irgendwo. Es leckt wieder. Hast du ja bestimmt ein Virus eingefangen, oder sowas. Ach, Quatsch. Klar. Ich habe keine Viren. Bei deinem Virenschutz. Der ist auf jeden Fall besser als deiner. Ich sammle erst mal das Zeug hier. Ich bin gleich wieder da. Ja. Wenn ihr wissen wollt, welches Zeug, dann kommt doch einfach zu mir. Guckt auf meinem Kanal, das Video. Da könnt ihr mich auch viel, viel besser verstehen. So. Ach, das Odi. Da, 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 da. Verrat's nicht allen. Sonst gucken die nicht bei mir. Ja. Los, komm jetzt. Ich erscheine. Wenn dann. Genug geleckt. Gebleckt. Gebleckt. Das ist ein Synonym für leckt. Gebleckt. Ja. Ich bin der Leckmask. Okay. Hier weiter, weiter, weiter. Sag mal was, du. Was? Ja. Wenigstens kennt er den. So, den müssen wir den Ding, müssen wir jetzt umhauen. Ach was. Haben wir jetzt nicht eingefallen. Ja. Oh, kann sie ja gerade eben konnten wir den ja nicht killen, weil du ja so 20 Mops angezogen hast. Und mal wieder gestorben bist, aber... Ich? Wer hat denn da unbedingt vorrennen müssen? So, diese Kampagne wäre dann auch schon mal fertig. Ja. Wie schaut es denn zeitlich so aus? Wenn wir nämlich schon mal hier sind, können wir nämlich auch gleich weitermachen. Ja, wir könnten auch gleich eine Folgenpause machen. Du hast doch schon recht. Okay. Wo sind sie denn? Ich seh dich nicht mehr. Da bin ich. Hinter dir. Ach so. Okay, dann mit schönen Hintergrund. Genau. Warte, ich nehme den hier. Das ist schön. So. Leute, freut mich, dass er wieder eingeschaltet hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.